Ooooooh! Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Vlog hier auf Parks & Fun Fair. Wir sind heute erstmalig in einem Park, wo wir beide auch noch gar nicht waren. Das ist das Taunus Wunderland. Ist eigentlich gar nicht so weit weg von mir. Aber ich habe auf ein Ding gewartet, bis ich hier hinfahre. Und das ist die neue Achterbahn. Und die soll heute ganz plötzlich eröffnen. Ja, das war sehr wild. Auf einmal hieß es gestern, ja die macht morgen auf. Und ja, dann sind wir ganz spontan hier aufgebrochen. Ist heute auch übrigens mein Geburtstag. Und ich habe alles über den Haufen geschmissen und jetzt bin ich hier. Deswegen schauen wir uns das gute Stück mal an. Hier läuft auf jeden Fall schon der Banger-Song. Taunus. Wilder Song, oder? Ich kannte ihn noch nicht, aber der ist schon bald. Ja, da will ich sein, Taunus. Boah, die gehen übel ab, Alter. Also, den Song verpasst man auf jeden Fall nicht hier. Der wird hier so geballert am Eingang. Und hier haben wir auch schon das Schild, das heute ist die Achterbahn. Hessens längste Achterbahn. Wow. Am Eingang ist schon mal sehr hübsch. So, durch den Eingangsbereich sind wir jetzt schon gegangen. Erster Einblick ist sehr schön, aber die ganzen Affektionen, die wir jetzt hier im Hintergrund sehen. Zum Beispiel der Knall und Fall. Die machen wir ja später alles. Hier auch den Simulator. Den Wundergleiter machen wir auch später. Ja. Aber sieht ganz schick hier aus. Einzig und allein dieses Zelt nach dem Eingang ist bisschen weird. Aber okay. Also, ist ja cool, dass man so in den Shop reinkommt. Aber im Zelt ist das schon ein bisschen ungewöhnlich. Vor allem, weil es hier sonst eigentlich echt schön aussieht so. Oh, Opa Alfred Stinotal. Da ist das die Play-Quack-Show, Anne. Zu den Franchis. Boah. Quark die. Quark. Hallo. See geht nicht. Quark. 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 Kann man hier Euromir spielen? Euromir von Leon auf den Brunnen. Quark. 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 Okay, wir wurden verscheut von den Fröschen. Deswegen geht es jetzt ins Dinotal. Trotzdem wild, dass man hier einen Dinobereich hat. Das ist wild. Oh doch, ich sehe die wilde Maus. Ich glaube ich sogar schon. Perfekt. Oh ja. Läuft einfach Jurassic World. Aber es ist ja auch das Dinotal. Gucken, wie toll. Wow. Die haben die Maus gefunden. In Tante Rosis Zuckerwatteland oder wie auch immer der Wumms hier heißt. Boah, es riecht so gut nach Kebs. Da unten ist so eine Kebsbude auch. Boah, es riecht richtig wild. Apropos wild. Hier ist eine wilde Maus. Wie fahren wir jetzt? Ja, Macroys wilde Maus. Sieht sehr geschmeidig aus. Ich glaube einer der besseren wilden Mäuse. Schauen wir doch mal. Sieht sehr gut aus. Das macht den astronomy aus. Wärts zusammen, ihr sieht aus. Boah, Albin iterinterolu! aber ich glaube es ist eine gute oh, Tadak naja, die ist ja sehr gemütlich das ist doch nett die ist aber auch echt hoch gelegen aber wegen dem Hang schon hoch oh, die Wasserbahn sieht auch gut aus das ist der Erdteil ja, das war die Maus ich würde sagen, es war mit einer der harmlosesten Mäuse, die es gab aber die Abfahrten waren trotzdem gut man hatte sogar hinten auf einer Stelle sogar ein bisschen Airtime aber sonst war die super, oder? natürlich richtig so, das hat mir gut gefallen auch dafür, dass sie so sanft ist, fand sie trotzdem noch gut ja, das war eine tolle Maus kann man nichts gegen meckern ist super ja, auch der Themenbereich hier echt knuffig das ist dieses Zuckerwatteland hier überall so Zuckerstangen aus dem Boden und so echt mal was anderes das sieht man nicht so oft oh, hier ist so eine Jeep-Rundfahrt die sieht aber richtig hübsch aus da sieht man sehr geschlossen aus tatsächlich da ist ein Feini und da ist der zweite Count denn das ist ein Exerzie unserer Begehrte mit dem äußerst wilden Namen Kudelmudel und der ist da durch den Kuhkopf das K ersetzt worden das ist nicht toll also ich lebe mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster wenn ich glaube ich sage dass es der am schönst thematisierteste SPS-Binner ist Schlagezeichen mir wird auf jeden Fall gerade kein schönerer einfallen wirklich wirklich fett die Background geklärt bei Kudelmudel ey, geht's doch echt runter du hey, hey, hey der Park ist generell sehr ügelig und was ist denn da unten für ein wassardig ach so, das ist eine Wildwasser-Runde so, jetzt geht's hier ab du Pudelmudel Pudelmudel das hat sich ja fast gepostet oh, wow ok ah, der fährt aber eigentlich ganz gut die noch nicht noch nicht während der Pudel endlich noch nicht noch nicht noch nicht Kudelmudel, das war mit Abstand der beste SPS-Spinner, den ich bis jetzt gefahren bin, von Fahrfalten. Super smooth eigentlich. Von der Thematisierung auch, weil wer baut bitte so ein Gebäude um so einen SPS-Spinner? Das habe ich bis jetzt noch nirgendwo gesehen. Also, was? Der Trop, also das ist kein Trop. Das Silo, ja. Also das ist wunderschön. Kann man nichts gegen sagen. Tolle kleine Achterbahn. So, wir gehen jetzt hier auf die Wasserbahn zu. Die sieht irgendwie minimal hoch aus. Eieieiei. Crazy, crazy. Ich bin immer mal gespannt. Der Drop sieht auch ganz gut aus. Die Traubenrutsche. Heißes Ding. Hier wurde Lars irgendwo nass. Muss ich an dahinten stellen. Ich finde es echt crazy, wie der Park so auf mehreren Ebenen ist. Hier unten, also da kann man ja bei der Rinne da vorbeigehen, da war die Rinne eine halbe Monorail und hier ist es halt wieder ebenerdig. Crazy. Es könnte unter Umstand ein bisschen nass werden. Mal schauen. Aber auch hier, wie sieht wieder richtig toll aus. Ich mag den Park. Heiho, wir sind verliebt und froh. Heiho, heiho. Ja, ja, hallo, hallo, hallo. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, ob das Ding ein oder zwei Abfahrten hat. Ich würde mal eine schätzen. So, jetzt kommen wir erst mal Fakio Fontaine. Ja. Was? Was? Die gute Fahrt. Okay. Ah. Oh Gott. Oh. Junge, die gehen ja übel ab. Direkt mal zu Beginn. Das ist der halbe Monorail. Guck mal hier. Waterrail. Das ist ein Hybrid Monorail. Die Salatschleuder. Oh nein, die kommen ja nochmal. Was soll das denn? Oh Gott. Boah, das ist so hoch. Nicht rauchen. Verabschieden sich jetzt. Das ist vier. Atlantica Supersplay. das ist so komisch warum hier oben zwei drehteile sind macht es halt unnötig teuer aber hey es ist irgendwie witzig oh gott ich glaube das tut einfach was oh meia wo ist das hoch wo kam das denn noch her der hat mich angepisst der pisst einen an der hat mir voll in den mund gepisst boah die lecken mich am arsch das war nass als ich dachte aber der dropper will ich also ich wäre ja nicht genug als ob da drei fontänen sind eine afspart die uns komplett nass gemacht hat und auch noch der mannigen piss hier ich kann noch einen euro reinschmeißen dann macht das hier auch nochmal nass ALTER also damit haben wir beide nicht gerechnet und das ist aber auch ein wildes foto ja das ist falsch also damit hätten wir jetzt beide nicht gerechnet also ALTER ALTER habe ich eigentlich schon gesagt was das genau ist also ein mackweiß log flogen oben mit zwei drehtellern habt ihr ja gesehen was irgendwie richtig random ist irgendwie cool aber halt eigentlich unnötig teuer aber ist ein alleinstellungsmerkmal auf jeden fall aber dann hat das ding ja überall noch fontänen und wasser effekte davon wusste ich gar nichts und dann sieht man halt so aus wie wir aber hinter uns die waren halt null nass das haben wir falsch gemacht das haben wir falsch gemacht ich bin überall an trocken wir haben aber auch vier fuck you von Taylor bekommen vor dem drop ja schon dann kam dieses pissmannequin noch aber der drop war übel wild der ist richtig hoch und nachlich gefahren der ist cool ja gute wasserbahn sehr freundlicher mitarbeiter ja sehr guter mitarbeiter tops so als nächstes kommt dieses coole ding hier bin ich schon zwei varianten von gefahren knall und fall ist ein tilt und drop tower von boah ich glaube ja ers abc irgendwie sowas die sind auf jeden fall immer richtig witzig und dann gute airtime und die tilten halt nach vorne nach hinten und ne nach links und rechts ne anders eigentlich wieder viel entertainment anders zu filmen bei dem ding ja ja ich weiß nicht miß jetzt hab ich glaube ich nicht ganz aussicht woah ohohohohohoh ich habe auch ohohohoho ohohohohoh Ja. Ich bin einfach so schön davon und guck mal raus. Oh Gott. Atemberabend Experience, oder? 10% Das ist wirklich crazy. Aber einen Freifalturm, den du magst? Ja. Cool. Ja, das guck mal raus. Das sah auch echt fast so aus, ob du dich verabschiedest. Guck mal, wer da ist. Weißt du, wie lange du nicht mehr in einem Vlog warst? Seit Movie Park. Das weiß ich. Echt? So lange nicht mehr? Guck mal, Mirjana. Da hab ich grad Euro mir drauf. Mirjana hat Spaß. Es funktioniert wieder. Ja, darauf habe ich gerade Euro mir gespielt. War super. Nachdem wir noch eine Play-Quack-Show-Pause gemacht haben, geht es jetzt in dieses sehr geil thematisierte Gebäude. Da verbirgt sich nämlich ein kleines Madhouse drin. Das kann man wahrscheinlich vergleichen mit dem in Drayton Manor oder dem im Wiener Prater, weil groß ist das Gebäude natürlich nicht. Aber es sieht echt super schön aus. Ich bin echt gespannt. So, geh mal vor. Ja, ich geh mal vor. Du bist ein Faktor hast. Boah, ist das dumm. Ja, ja. Boah, wild. Boah, Alter. Boah, Junge, was soll das denn? Hier sind immer Löcher im Boden, ey. Ach, da sind wir ja schon. Oh Gott, ich glaube ich bin echt egal. Oh Gott. Machst du gar keinen Bügel oder so? Anna hat richtig Panik. Das Gesicht ist creepy. Was? Das Gesicht ist creepy. Ah, das geht aber noch von mir. Ja. 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 So woppelig. Schaubelig. Lars, da bist du. Wenn ich das. Ich merke mir auch schon. Ich glaube, dass so schlimm ist das jetzt auch. Gibt's schon ein bisschen eher klar. Und Traumland, das war ein bisschen kranker. Aber ich glaube, das ist dasselbe Ding. Also von den Flondeln her. Prinzipiell ist dieser ganz cool und sieht hübsch aus. Aber irgendwie ist die Fahrt ein bisschen quatschig. Weil man hört nichts von der Musik, die vorhanden ist. Und das stockt immer so zwischendrin ein bisschen. Du musst 1.30 sein, damit du das alleine fahren darfst. Ja, kein Wunder, du hast ja nicht mal einen Bügel oder so. Sieht nett aus, ist hübsch gestaltet. Aber die Fahrt ist ein bisschen quatschig. Also durch das Ruckeln ist diese Illusion vom Drehen halt ein bisschen verloren. Und man sieht halt eh noch nicht so viel. Das ist halt ein bisschen schade. Aber ansonsten... Doch, einem wird schon ein bisschen schneller schlecht. Ja, weil das so ruckelt. Und du hörst auch die ganze Zeit, wie das arbeitet. Ja, das stimmt. Man hört einfach mehr die Maschinengeräusche als die Musik. Das ist schon ein bisschen... Naja, aber... Weiß nicht, wo wollen wir denn hin? Ich weiß es. Das war doch so ein komischer Animazonik. Was ist das? Da steht ein Animazonik dran. Fortlaufende Show bitte anstellen. Das ist so eine komische Show. Oder ist hier Pre-Show vorher? Sollen wir das tun? So viel dazu. Das war tatsächlich eine Pre-Show vom Themenbereitsspieler. Hast du gut zusammengefasst? Weil das war es halt wirklich. Ich bin einfach kapastet. Das bist du. Oh, Monorail. Monorail? Ja, da sind wir mit Kraft dran. Ja. Da musst du treten. Und da musst du mit Kraft dran, weil die fahren nicht weg. Die fahren damit weg. Die haben Anne fast umgeschmissen, die Rad-Raudis. Oh, hier ist die Reifrutsche. Ja, die müssen wir auch machen. Oh, Leon. Ja? Die Rutsche. Ja, die müssen wir auf jeden Fall machen. Ich habe gar nicht gesagt, was wir jetzt machen. Auf einmal sitzen wir auf der Monorail. Boah, das ist ja wild. Und wir haben einen Motor hinter uns. Oh, da ist das Dino-Reifen, Anne. Da rechts. 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 Ja. Das will ich immer noch machen. Jetzt düßen wir den mal davon. Boah, ist das hoch. Tschüss. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, knallt das hier in die Kurven, du. Opa Alfreds Dino-Tal ist total genial. Ja, ach. Kannst du auf Dinos reißen. Das ist ja hittig. Wow. Ah. Aber das ist schon das Ende. Wie bremst man das Ding denn? Gar nicht. Oh fuck. Vorsicht. Wir können nicht bremsen. Kriminell ist die Bahn, ey. Wirst du einfach angeschoben, fährt das Ding los. Oh. War nicht mal eingestiegen. Anstrengend. Und jetzt geht's zum Dino-Breaker. Aber das Dino-Reiten ist ja auch unbewillig. Spoiler. Das ist das Highlight hier. Noch. Noch. Guck mal, wie der abgeht. Mach ihn die Güttegasse. Boah, mit einer Flasche Wein hier im Setzen. Ist doch geil. Und der Soundtrack ist 10 von 10. Wow. Dann bin ich mal gespannt, ob der Lars sein Versprechen gehalten wird. Ich kann's nicht nehmen. Es ist halt so ein Soundtrack hier. Ach, da sind Pachtys. Servus! Was? Was? Ja, was? Ui! Omega Lul! Omega Lul! Oh, den drehen wir mal auf! Das kann doch nicht alles sein Das ist ein Talent dafür übergegen zu sein Das ist ein sehr schöner Breaker Was ist das denn? Julian hat Lach & Funfair 2 geschnitten Oh Gott! Julian hat Lach & Funfair 2 geschnitten Auf jeden Fall war das ein sehr schön gestalter kleiner Breaker Ich weiß es gerade gar nicht Doch, da hinten sieht man Soundtrack ist auf jeden Fall Spitze Also der ballert richtig geil Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt von der Attraktion hier ist Und wenn der anzieht Hat er ja sogar echt noch was drauf Dann ballert der echt richtig gut Jana fand es auch cool Also ich würde sagen fast einer der besten SPF Attraktionen die ich so kenne Das ist echt richtig gut das Teil Das ist kein mega krasser G-Schleuder Ding Der beste Park Breakdance Obwohl es ein Kinder-Breakdance ist Ja In welchem Park steht der im besserer? Ja, ich glaube da sage ich ja Ganz schönes Teil und der Soundtrack ist halt schön Gut, dann geht es jetzt mal in den neuen Bereich Da ist der neue Bereich Und der Gobi Express Das sind aber die Züge von früher Die wurden nur neu gestaltet Sind das die? Das wollte ich nämlich noch fragen Die wurden wahrscheinlich Generale geholt Jaja Und da sind wir glaube ich Hier vorne oder so auch eingegangen So über Schotter Matsch und so War auch das hier Gebäude Voll hübsch So Ach da waren noch schon Testfahrten Und hier stehen natürlich auch schon ein paar Die das Ding direkt fahren wollen Und hier links daneben haben wir Boah ich weiß gar nicht wie die Typenbezeichnung genau von dem Ding ist Ist auf jeden Fall dasselbe Teil wie im Skyline Park Dieser Looping Alois Heißt hier Milan Flug Und sieht auf jeden Fall deutlich schöner aus Der hat ja Sound Der hat Boxen hinten dran oder? Ist das Musik? Ist ja geil Da hat es nämlich so einen Joystick in der Mitte Und dann kannst du halt Überschläge nach links und rechts machen Das ist ganz cool Nicht so viel wie beim Skyfly Weil die hier gesteuert sind Aber War ziemlich ganz hübsch Mit Tronic und Musik hat man auch wieder Voll schön So jetzt haben wir hier ein Joystick Nach hinten abheben Nach vorne sinken Und links rechts sind halt Überschläge Boi Alter 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 Du bist so langsam Alter Bäh 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 Jetzt zieht er durch Bäh 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 So, wir kommen vom Milan Flug, also was ich sagen wollte, das Steuern funktioniert nicht so ganz, wie man will, also wenn man manchmal nach oben oder nach unten will, dann reagiert er nicht direkt, das dauert dann immer Ewigkeiten, auch nach links und rechts, wir haben voll wenig Überschläge eigentlich geschafft. Thematisch sieht das Ding halt natürlich ultra hübsch aus und ich finde es auch generell ein bisschen besser als im Skyline Park. Soundtrack! Soundtrack ist super, ja das stimmt. Ah ja, tut ein bisschen an den Oberschenkeln ein bisschen weh, aber ansonsten ganz cooles Ding, auch dass man halt selber steuern kann. Ich hab ein Wattblatt. Das war bis eben so ein schönes Bild. Ich führe richtig wild aus mit dem ganzen Teaming auch. Als allererstes, mein Name ist Sven Gerig, ich darf Sie im Namen der Inhaberfamilie, also im Namen von Belinda Barth, Otto Barth Senior und Otto Barth Junior und natürlich unserer Namensgeberin Aja. Aja, wo bist du? Die winkt mal, genau, die steht hier rechts, da ist Aja, genau. Recht herzlich zu diesem großartigen Anlass hier im Taunus-Wunderland begrüßen. Schön, dass Sie, schön, dass ihr alle hier seid. Wir haben lange geplant, gebaut, geschwitzt und zum Schluss auch gebangt. Und schier unzählige Arbeitsstunden sind geleistet, unsägliche Anstrengungen wurden unternommen. Aber gestern, so gegen 12 Uhr, waren dann alle Stempel gesetzt, alle Abnahmen positiv erledigt. Der TÜV-Stempel überall da drauf, wo er sein muss. Es war also klar, wir dürfen Ihnen heute rund 300 Tonnen, etwa 300 Tonnen Stahl, etwa 800 Kubikmeter Beton, 230 Fundamenten, 15 Kilometer Kabel, Leitungen, was auch immer es alles braucht. Voller Freude, Dankbarkeit, aber auch voller Stolz zurufen. Herzlich willkommen in Aja's Drachenschlucht, herzlich willkommen zur Eröffnung von Hessens längster Achterbahn, herzlich willkommen zur Einweihung unseres Gobby-Expresses. Mit 500 Meter Schiene, über 40 Stundenkilometer Spitzengeschwindigkeit, ein familienfreundlicher Power-Coaster aus dem Hause Mack. Allein der Zug bringt fast 30 Tonnen an Gewicht auf die Waage. Und ich glaube, Sie können es genauso wenig erwarten, wie wir, gleich in den Gobby-Express zu steigen, zu warten, bis die Bügel sich schließen, das Startsignal ertönt und der Zug sich in Bewegung setzt. Das allergrößte Dank heute geht ganz persönlich von uns allen, glaube ich, an die Familie Barth. 1998 habt ihr beide, liebe Belinda und lieber Otto, das Taunus-Wunderland gekauft und es stetig vom Märchenpark zum modernen Familienfreizeitpark mitten in der Natur weiterentwickelt. Seit zwölf Jahren bist du, lieber Otto Junior, mit an Bord und bringst dich mit ganz, ganz viel Kreativität und Engagement in die Weiterentwicklung des Taunus-Wunderlandes ein. Und du verantwortest heute als Parkdirektor des Tagesgeschäfts. Und liebe Belinda, lieber Otto, ihr könnt stolz auf euren Ältesten sein. Danke auch für eure Weitsicht, in schwierigen Zeiten dieses Projekt mit rund 10 Millionen Euro Gesamtkosten die größte Investition in der Parkgeschichte angestoßen und umgesetzt zu haben. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie oft wir in den letzten Wochen und Monaten gefragt wurden, was sind denn jetzt eigentlich diese Gobbys? Und deshalb mag ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen etwas über die Geschichte hinter unserem neuen Themenbereich zu erzählen. Die Gobbys, liebe Kinder, das sind die Freunde unseres jüngsten Muckls Aja. Es sind nette, kleine Koboldwesen, die hier in Baumbergen zu Hause sind. Und in ihrem Transportzug, also im Gobbi-Express, der hinter mir schon parat steht, transportieren sie Güter aller Art, andere Gobbys oder eben auch uns Menschen quer durch die gesamte Drachenschlucht. Die Antriebsenergie dazu bezieht der Gobbi-Express dabei durch Gobbys Energiefabrik, einem strahlend leuchtenden Kristall. Das alles geschieht unter dem wachsamen Auge von Regulus, dem Drachen, dem man besser nicht zu nahe kommt. Also nehmen Sie sich alle bitte in Acht. Und nach getaner Arbeit geht es für unsere Gobbys als wohltuende Erfrischung zu Baumberg, unserem großen, freundlichen und auch wasserspeienden Baum. Während wir heute also den Gobbi-Express eröffnen können, befinden sich Gobbys Energiefabrik sowie Baumberts Wasserspielplatz aktuell in Fertigstellung. Wir sind aber ganz guter Dinge, dass wir auch hier ganz, ganz bald das rote Band mit Ihnen gemeinsam durchschneiden dürfen. Herzlichen Dank, viel Spaß in Ajas Drachenschlucht und ganz viel Spaß im Taunus Wunderland. Oh, die Story ist wild. Ja, jetzt weißt du, ob es ein Gobbi ist. Ja, ein Jomi. Hast du auch gehört, wie die irgendwie heißen Baumbergen? Ja, echt? Kenne ich so aus Brühl oder so. Ja, ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der steht auch schon da? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Drück jetzt bitte den blauen Knopf! So ist es! Festhalten! Gleich geht das auf! Er fliegt! Er fliegt! Der Wundergleiter fliegt! Was für eine Aussicht! Jetzt schauen wir, wann er drauf hat! Hol mal die Bremsen! Ich möchte meine Kurzzeiten deuten auf eine Störung des Magieflusses Jäger. Drück den gelben Knopf! Er rätst du wieder! Ich fand es aber sehr süß! Das ist erstmal so ein stinknormaler Kirmessimulator, wie man den auch kennt. Viereckige Dinger. Aber die haben einen eigenen Film einfach gemacht. Das finde ich mal sehr sympathisch. Sogar mit Animationen, mit Drohnenaufnahmen über dem Park. Oh! wo man manchmal sich so ein bisschen teleportieren kann. War schon cool gemacht, aber es ist halt ein ganz alter Simulator. Da ist jetzt nichts rausragendes. Aber für den Park hier total süß. Und ja, coole Ergänzung. So, jetzt geht's auf die Themenfahrt. Die Waldexpedition. Und Rutsch. Nein, ich schalte schon. Der Graue jetzt. Wow! Wofür, da kommt aus der Höhle. Hallo! Hi! Bye! Ich glaube, da sollte irgendwas passieren, aber da ist nichts passiert. Weil da waren es drei Löcher erwachend. Schade. Der Tunnel hat nicht funktioniert. Ich weiß, der ist auch schwarz und dunkel. Aber der Hirsch sagt, achte darauf, dass die Fledermaus nicht kommt in Menschen im Tunnel. Aber da kam nichts. Ist auch nicht so wild. SPF Wieser, oder? Oder St. Perla? Naja, das ist nicht SPF. Dafür ist es hochwertig. Und fährt zu schnell an. St. Perla. Das kann sein. Ja, nett ist es auf jeden Fall. Aber im Dark-Wide-Part wäre es natürlich noch cooler, wenn da was passiert. Ich glaube, da passiert auch tatsächlich was. Weil da sind drei große Löcher im Tunnel gewesen, wo theoretisch was rauskommen könnte. Aber da kam leider nichts. Naja. Willst du Rutsch-Action wieder haben, oder was? Ja, aber du musst anfallen. Du musst es absägen. Hallo? Ich mach das nicht am Anfang. Ich mach Rutsch-Action wieder. Okay, dann machst du gleich die andere am Anfang. Ich mach das eigentlich nicht am Anfang. Die Krasse. Ja, das guck ich mir dann an. Nee. Ich guck mir das dann an. Jetzt mach... Und es wird langsam mal Zeit, dass Lars eine eigene Kategorie kriegt, wenn da was rutscht, weil es immer so witzig ist. Also erlebt jetzt die erste Folge von... Die Rutsch-Party mit Lars. Andere, erste Testperson. Wenn du jetzt eskalierst, ja und dann... Das machst du dann trotzdem. Ich hab schon eins. Ich hau mir eine einfach um, ey. Die ist einfach ein Pin wie beim Bowlen. Oh Gott. Okay, das sieht machbar aus, Lars. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aua. Rutsch-Ex mit Lars. Das war so klar. Das hat mich irgendwie wieder aufs Maul legen. Das wird eine neue Kategorie. Aber auch bitte mit so einem tollen... Mit Jingle, ja. Die Rutsch-Party mit Lars. Dump-Scare. Hahn. Huhn. Huhn. Was? Ich hab gerade gefragt, ob sie Hühner mag. Sie meinte, es geht. Oha. Ich mag Chicken Nuggets. Jetzt wird es ja immer schlimmer hier. Sie ist nicht Teil des Huhn-Kults. Was ist da, Lars? Das ist die Mull-Mulde. Die Mull-Mulde. Dicker Food-Vlog. Food and Funfair. Hier. Jingle, ja. Food and Funfair. Eine Sache muss man kritisieren. Ja. Kannst das nicht als Park machen, dass um halb vier schon gar keine Burger mehr vorgehen. Das stimmt. Das ist irgendwie ein bisschen random. Aber... Naja. Und da war richtig gestresst worden. Alles absortiert. Alter. Aber sieht gut aus. Haben wir ein Review? Na gut. Die Musik nervt auch da ein bisschen. Ja, das geklimperst ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber Theming-mäßig cool. Ja. Also... Der Burger war gut. Die Kommis war ein bisschen versalzen. Aber ist nicht schlecht. Aber... Die Nagels sind irgendwie nicht so ganz durch, ne? Ich finde die ein bisschen weit. Ich finde, es schmeckt genauso, wie wenn ich im Moviepark beim Yellow Cap mit den Nagel-Kommis rumgehe. Das mache ich nie. Food and Funfair. In diesem Park liegt die Tallahon-Spawn-Rate bei drei Prozent. Dallahon. Und da haben wir ein Teufelsrad. Guck mal, wie toll. Und wie hoch ist hier im Moviepark? Über 90. Ja. Bist du bereit? Boah. Ich blick hier eh in die drei ersten Sekunden runter. Natürlich. Oh! Fett regelt. Fett regelt. Mit Arm hoch? Oder fliegst du direkt? Nein, du hast mich drunter drückt. Hallo? 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 Jetzt habe ich auch einen Drehbomb. Gebettet. Du hast mich runtergepusht. Ja, das Schreck habe ich auch auf dem Weg als die Gefahr in den Klang geklatscht. So eine echte Drehbomb. Jetzt habe ich alles in meinem Leben erreicht. Ich reite einen Dino. Bist du auch, Lars? Ja. Alter. Boah. Hammermäßig. Das ist der beste Ridingfrag. Oha. Oha, hast du wirklich ein bisschen weh? Halt mal rein. Nein, ich will nicht gebissen werden. Nein. Nein. Was? Mit deiner Hand gehst du da rein. Aua. Es gibt halt die Option, sterb wenn du gegen die Wand klatschst. Es gibt die Option, sterb wenn du vorne gegen das Blech donnerst. Und es gibt die Option, ja sieht noch einigermaßen machbar aus, aber dann landest du halt im Schutter. Wir brauchen die Rutschklicks. Und das Intro muss nochmal spielen, das ich jetzt extra erstellt habe. Tue ich mir auch noch weh. Jetzt mach mir Jingle jetzt. Lars rutscht. Aber dann lass erstmal warten bis das andere gerutscht ist, dass du die filmen kannst. Okay. Kind, ich werde da weg. Ja. Das ist ein bisschen gebremst. Wie bremst man denn? Mit den Händen. Alter. Scheiße. Da bringst du dich ja um. Nein. In der Mitte wird die jetzt gleich gerutscht. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, hi. Sie bremst einfach mit den Händen, die Verrückte, ey. Oh, das hört sich nicht gut an. Hast du ihn getan? Ein bisschen. Was bremst du auch mit den Händen? Und hast du auch gesehen, wie weit alle schon gerutscht sind? Du, wie machst du jetzt die allerhärteste, Lars? Mit der ersten Händen? Ja, also es gibt halt ein paar große Rutschen hier. Aber wir machen halt die härteste von allen. Die Rutsch passt mit Lars. Kannst nicht fassen. Last Rutsch ist tatsächlich die krasse Rutsche. Das war ja... Das war ja sehr elegant. Wir stehen erneut beim Gobi Express und diesmal hinten. Weil wir das auch mal ausprobieren wollen. Aber es wird ein Rain-Ride. Ach du Scheiße, es regnet so doll, Leute. Das tut man nicht. Lars, freust du dich auf den Rain-Ride? Guck mich an, ich bin perfekt ausgerustet. Lars, dürfen wir jetzt fahren? Ja! Wie schnell fährt er denn auf einmal hier raus? Oh, es regnet nicht mehr. Der Boss. Ja! Der Dekubaum. Der Dekubaum. Boah, der arbeitet richtig. Ob das dem Zug so gut tut? Das ist der Deku! Boah, boah, boah! Boah, boah. Was ist denn jetzt hier los? Boah, boah! Vor allem hat der noch Tempo drauf. Boah! Sind sie Regulus Vulbus. Boah! 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 Jetzt kommt der Hip. Boah! Boah! Ja, der ist echt gut. Ja, dritte Runde macht Bock. Kann ja mal im Turbo-Modus durchbrettern. Kannst du jetzt insgesamt vorne oder hinten besser? Gerade jetzt hinten. Aber die letzte Runde ist echt. Ja, die letzte Runde. Vorne ist echt ein bisschen schade. So einen Kritikpunkt habe ich ja immer noch hier im Park. Also der ist so schön, aber der Eingangsbereich, also da vorne ist direkt der Eingang, dann landet man hier in diesem Zeltshop und diese hessischen Autoscooter. Das geht irgendwie gar nicht. Das könnte man wirklich mal auf Vordermann bringen, weil der restliche Park sieht so wunderschön aus. Es ist ein kleiner Kritikpunkt, aber wirklich nur ein kleiner. Was hast du? Wunderschöner Park. Super. Finde ich sehr geil. Ich finde den auch echt toll. Hat tolle Attraktionen. Jetzt mit dem Powered Cross auch was echt Gutes, was sich hier perfekt ergänzt. Handen war toll heute die, oder? Ja. Die haben viel mehr Ranzgerechte tatsächlich. Das ist tatsächlich wunderschön. Bis auch hier die zwei angesprochenen Punkte. Tieren nicht so, aber ansonsten. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das sind halt nur Pferde und Schafe. Das geht noch. Muss nicht sein, aber ohne die Wasserbahn. Die war auch toll. Titelaufbrot. Ohne natürliche Knall und Fall. So, dann bin ich wieder da für euch. Vielleicht mal auf Onlyfans. Ja. Der Song, der ballert hier wirklich den ganzen Tag. 24-7 ballert der Song hier. Das war's jetzt aber vom Tag im Taunus Wunderland, den man nochmal schon im schönen Song hier hören kann. Boah, dieser Song, ey. Ja. Fazit war gut. Toller Park. Würde ich nochmal empfehlen. Jedem, der noch nicht hier war, der kann gerne mal vorbeischauen. Das ist echt ein schönes Teilchen hier. Und ja, ich sage danke fürs Zuschauen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Es gibt hier nochmal einen Riesen-Dank ans Taunus Wunderland Rhein, die uns heute eingeladen haben, freundlicherweise. Und ja, das war's von heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mulm. Musik 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 Musik